Spätestens seit dem 11. September 2001 ist der Begriff des Dschihad ein Schlagwort in allen Medien und ist zum Synonym für Terror und den sogenannten Heiligen Krieg geworden. Aber was ist die wirkliche Bedeutung des Begriffes Dschihad? Wo kommt er her und wie wurde er in der islamischen Geschichte gedeutet? Um die komplizierte Geschichte des Begriffs Dschihad geht es in diesem Video. Hallo zusammen, hier ist wieder Konstantin und heute geht es um den Begriff des Dschihad. Und Dschihad ist ein Begriff, den ihr bestimmt alle schon mal gehört habt. Ob ihr euch jetzt mit dem Nahen Osten, mit Terrorismus oder mit dem Islam an sich beschäftigt. Dschihad ist fast omnipräsent, wenn es um die Berichterstattung über den Terrorismus heutzutage geht. Und auch wenn man allein Dschihad eingibt, bei der Google-Bildersuche findet man sehr schnell die passenden Bilder, sehr viele vermummte Männer mit Waffen, sehr viele Bilder aus dem ISIS-Kosmos und so weiter. Das war eigentlich zu erwarten, aber der Begriff des Dschihad ist nicht einfach nur so mit Terrorismus gleichzusetzen oder mit islamistischem Terrorismus. Und er hat eine faszinierende Entwicklung hinter sich und die möchte ich heute mal genauer anschauen. Und wie immer, wenn euch sowas interessiert, wenn ihr das so spannend findet wie ich, wie sich solche Begriffe auch entwickeln, die heute so alltäglich gebraucht werden, aber die keiner mehr genau hinterfragt, dann freut es mich wie immer sehr, wenn ihr diesen Kanal weiterempfehlt, wenn ihr hier kommentiert und natürlich, wenn ihr hier abonniert. Dschihad wird sehr oft mit Heiliger Krieg oder so mit dem islamischen Äquivalent zum Kreuzzug übersetzt. Und das ist richtig, aber auch nicht ganz richtig. Das ist ein bisschen kompliziert. Also, der Begriff Dschihad ist arabisch und kommt letztendlich von dem Verb, das man übersetzen könnte mit sich anstrengen, sich bemühen, für etwas kämpfen. Und das zeigt auch schon, dass es mehrschichtiger ist, als man es jetzt nur denken könnte, wenn man sagt, Dschihad ist gleich Heiliger Krieg. Denn der Begriff des Dschihad hat sich natürlich auch über die 1400 Jahre der islamischen Geschichte weiterentwickelt und ist nicht statisch ein einziger Begriff geblieben. Und das ist ja eben das Interessante, dass solche gerade auch aus dem religiösen Umfeld stammende Begriffe auch einen Bedeutungswandel durchlaufen können. Und das ist bei dem Dschihad-Prinzip auch passiert. Eine ganz grundlegende Definition von Dschihad, die wirklich so das allergrößte Fundament, das alles irgendwie abdeckt sein könnte, ist, ein Dschihad ist, wenn sich eine Person anstrengt, um ein Ziel zu erreichen, das allgemein als lobenswert oder als gut, als positiv konnotiert ist. Und wir kommen später noch dazu, es gibt eine spätere Einteilung in den großen Dschihad und den kleinen Dschihad. Was das genau ist, das werde ich euch noch erzählen, aber es ist wichtig, hier auch ganz offen zu sagen, der Dschihad-Begriff, der war auch von Anfang an immer auch, nicht nur, aber immer auch militärisch mit einem bewaffneten Kampf verbunden. Dieses Konzept und die Idee von Krieg und Frieden im Koran und in den frühen islamischen Überlieferungen, die ist noch stark beeinflusst von der Gesellschaft, von der Stammesgesellschaft der vorislamischen arabischen Welt. Und da war es ganz normal, da war es ganz legitim, dass der Krieg ein normaler Zustand ist, zumindest solange bis kein Friedensvertrag geschlossen wurde. Und diesen Kontext und auch die Geschichte der frühen islamischen Welt, der frühen islamischen Expansion, das sind alles ganz wichtige historische Kontexte, die man kennen sollte, wenn man über den Begriff des Dschihad redet. Also das ist so ein bisschen, das ist ein Problem von, sag ich mal, manchen Islamkritikern, auch in Deutschland und auch von vielen Islamisten, dass sie solche Begriffe irgendwie rausziehen, sie zitieren irgendwelche Suren oder sowas oder Haditen und ignorieren völlig den historischen Kontext, in dem das eigentlich zu lesen ist. Und so kann man natürlich sehr viel, auch sehr, sehr Schreckliches zumindest irgendwie rechtfertigen mit Koran und mit den Haditen, aber die, sag ich mal, seriöse Islamforschung, Islamwissenschaft, die weist eigentlich auch immer darauf hin, dass man sehr viele oder eigentlich alle von diesen alten Schriften, die immerhin fast 1400 Jahre alt sind zum Teil, dass man die vor dem geschichtlichen und gesellschaftlichen und sozialen Kontext der damaligen Zeit verstehen muss. Und ich möchte gleich an der Stelle schon mal sagen, bitte, bitte spart euch irgendwelche Kommentare, von wegen, ich verharmlose hier irgendwas. Das kommt immer, wenn man versucht, Dinge in den Kontext zu setzen. Aber das ist so ein bisschen ein Grundübel der aktuellen Debattenkultur, habe ich das Gefühl, dass sobald man sagen will, ja, aber oder ja, nicht so schnell, aber, dass dann sofort irgendwie ein Angriff kommt von der einen oder von der anderen Seite. Also, nochmal, ich versuche hier nichts zu rechtfertigen, ich versuche hier nichts zu verharmlosen. Wer mich kennt, weiß, ich habe meine Erfahrungen gemacht. Ich war oft genug in Gebieten, wo ich gesehen habe, wohin islamistische Terrorfantasien führen können. Ich war in Mahmur, ich war in Mosul, ich war in Raqqa und so weiter. Also, bitte, 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 werft mir nicht vor, dass ich hier irgendwas verharmlose, wenn ich darauf hinweise, dass es seriöse Wissenschaft ist, wenn man Dinge in den Kontext setzt. Auch beim Dschihad-Begriff. So, wieder zurück zum Thema. Dschihad als bewaffneter Kampf gegen die sogenannten Ungläubigen, also die Nicht-Muslime, wird auch schon im Koran erwähnt. Da gibt es zwei Begriffe. Einmal gibt es eben den Begriff des Dschihad, aber es gibt auch den Begriff des Kital. Das ist, kann man übersetzen, mit Kampf. Also, das ist wirklich eindeutig der bewaffnete Kampf. Und der Kital, der wird eigentlich öfters erwähnt als der Dschihad im Koran. Und wenn wir in die Hadithen schauen, ganz kurz, wenn ich weiß, was die Hadithen sind. Die Hadithen sind die Überlieferung der Taten und der, letztendlich der Worte des Propheten Mohammed selbst. Während der Koran sehr viel weiter reicht als das. Die Hadithen beschäftigen sich mit der Person Mohammeds und was er gelehrt hat. Und sie sind eine der auch wichtigsten Quellen der ganzen islamischen Traditionen. Und in den Hadithen kommt der Dschihad vor. Und da, wie ich schon angekündigt habe, wurde die Unterscheidung gemacht vom Propheten zwischen dem großen und dem kleinen Dschihad. Der kleine Dschihad ist das, was die meisten denken, wenn es um Dschihad geht. Den bewaffneten Kampf für die islamische Gemeinschaft, zur Verteidigung oder zur Ausweitung des islamischen Herrschaftsgebietes. Der bewaffnete Kampf ist der sogenannte kleine Dschihad. Der große Dschihad, und das ist interessant, der wird viel weiter gefasst. Der ist fast schon so ein esoterischer Begriff. Da geht es um das Bestreben, den Kampf gegen sich selbst. Gegen die eigene Schwäche, gegen die eigene Versuchung, um selbst ein besserer Mensch zu werden. Also hier hat man einen sehr viel holistischeren Ansatz, als nur kämpfen, um irgendwie die Gemeinschaft zu verteidigen. Der kleine Dschihad ist so ein bisschen, könnte man sagen, so nach außen gewandt, während der große Dschihad nach innen gewandt ist, in die Seele des Menschen. Und der kleine Dschihad, das ist auch so eine kollektive Verteidigungssache, der setzt auch voraus, dass es einen legitimen Anführer des Kalifats gibt. Also aller Muslime, der muslimischen Gemeinschaft, wir müssen daran denken, die meisten Schriften über den Dschihad, die sind erst lange nach dem Tod Mohammeds dann wirklich ausgearbeitet worden. Diese Vorstellung hat, wie gesagt, im Laufe der Zeit verschiedene Entwicklungen durchgemacht. Und gerade so Ende des 8. Jahrhunderts wurde viel darüber geschrieben. Und da haben wir die Situation, dass es eben ein Kalifat gibt. Es gibt einen einzigen Herrscher, einen Kalifen, der über alle Muslime herrscht im Prinzip. Und der ist natürlich der legitime Anführer. Und der hat eben auch das Recht und die Pflicht, den Dschihad zu führen, um eben das Gebiet des Islam auszuweiten. Wenn allerdings Nichtmuslime ein islamisches Land angreifen oder die muslimische Bevölkerung bedrohen, da wird dieser bewaffnete Dschihad auch zur ganz individuellen Pflicht. Jedes einzelnen Muslim, dass er zur Waffe greift und eben diesen Angriff gegen die Muslime und gegen den Islam zurückweist, das ist ein Defensiver, ein Verteidigungsdschihad, wenn ihr so wollt. Und ganz wichtig, es gab auch damals schon und es gab immer rechtsgelehrte islamische, die ganz strenge Regeln auch für den Dschihad formuliert haben. Und die haben im größten Teil darauf abgezielt, dass Unbeteiligte, was wir heute Zivilisten nennen würden, dass die verschont bleiben. Also wir sehen auch hier schon, diese klassische islamische Rechtsschule oder die Schulen und die Rechtsgelehrten unterscheiden sich selbst, wenn es um den bewaffneten Dschihad geht, stark von dem, was wir heute von ISIS oder ISIS oder wie ihr diese Leute nennen wollt, unterscheidet. Die ja ganz gezielt Zivilisten massakriert haben, Völkermord begangen haben und so weiter, sich letztendlich an keine Regeln gehalten haben. Das ist etwas anderes als das, was in der, sag ich mal, klassischen islamischen Zeit als Regeln für den Dschihad geäußert wurden. Als dann dieses eine große Kalifat auseinanderfiel oder zerbrach und es mehrere islamische Herrschaftsbereiche gab und als auch islamisches Land erobert wurde von Nicht-Muslimen, also jetzt zum Beispiel Spanien, da hat sich auch diese Dschihad-Vorstellung ein bisschen gewandelt. Es ging mehr so der Fokus auf den inneren Dschihad, das, was man als großen Dschihad bezeichnen könnte, aber auch die militärische Komponente ging nie wirklich ganz verloren. Und im 13. Jahrhundert, als die Mongolen über den Nahen Osten hereingebrochen sind, ein ganz spannendes Thema, über das ich mal erzählen werde, da hat der wieder praktisch ein Revival bekommen, weil die Mongole oder Mongolen, einige mongolische Stämme haben sich zum Islam bekannt, aber haben trotzdem den kompletten Nahen Osten verheert praktisch. Sie haben Bagdad vernichtet, sie haben den Nachwarn des Propheten Mohammeds getötet. Katastrophale Auswirkungen auf den Nahen Osten wurden erst dann später von den ägyptischen Mamluken geschlagen, andere Geschichte, aber auf jeden Fall gab es da auch den Aufruf von Gelehrten, dass man sagt, nee, diese Mongolen, die nennen sich zwar Muslime, aber sie sind eigentlich keine Muslime und gegen sie müssen wir einen gerechtfertigten Verteidigungs-Dschihad führen. Also auch der Gedanke, dass es zwar Muslime sind, aber doch keine echten Muslime, das ist eine Rhetorik, die auch heute noch von sogenannten dschihadistischen Gruppen benutzt wird, wenn sie gegen innermuslimische Feinde kämpfen. Während der Kolonialzeit, also als europäische Kolonialmächte sich über muslimisches Gebiet erstreckt haben, da wurde auch die Idee des Dschihad rege diskutiert in der muslimischen Community. Und einige waren der Ansicht, man müsste gegen diese Fremdherrscher den Dschihad ausrufen. Das hat aber nie umfassend funktioniert. Es war immer eine Minderheitsmeinung und auch wieder eine interessante Geschichte während des Ersten Weltkrieges. Da war ja das Deutsche Reich auf der Seite des Osmanischen Reichs. Also der Deutsche Kaiser war Verbündeter mit dem Osmanischen Sultan und die Deutschen wollten dafür sorgen, dass die Muslime auf der ganzen Welt den Dschihad gegen Briten und Franzosen beginnen, also gegen die Kolonialmächte des Nahen Ostens und haben dafür ein eigenes Amt eingeführt und letztendlich haben kaiserliche Agenten versucht, Dschihad-Propaganda zu schüren. Das hat natürlich nicht funktioniert. Der große Dschihad gegen die Franzosen und Briten blieb aus, aber das ist auch wieder ein spannendes Thema, auf das ich mal in einem eigenen Video eingehen werde, als der Deutsche Kaiser versucht hat, den Dschihad auszurufen. Im 20. Jahrhundert kam dieser Dschihad-Gedanke dann auch wieder auf und hat ein modernes Gesicht bekommen. Zum einen, auch wieder im kolonialen und auch postkolonialen Kontext, die Frage ging durch die islamische Welt, wie konnte es denn sein? Die islamische Welt war doch mal so fortschrittlich und so mächtig und zumindest auf Augenhöhe mit den christlichen Mächten, wenn nicht sogar noch mehr. Aber wie konnte es sein, dass wir so leicht erobert wurden? Und einige Gruppen haben gesagt und einige Gelehrte haben gesagt, das liegt daran, dass wir nicht islamisch genug sind. Und so war auch die Geburtsstunde des modernen Islamismus im 20. Jahrhundert und eben auch das Dschihad-Gedanken. Der dann erst so ein bisschen auch vage formuliert war, Dschihad als Prinzip, dass die Gesellschaft wieder re-islamisiert werden soll. Und das alles hat dann aber eine sehr krasse Wendung bekommen, so ab den 70ern etwa. Nämlich Afghanistan, ihr wisst, was passiert ist, der Einmarsch der russischen Truppen und infolgedessen auch viele andere Konflikte auf der ganzen Welt. In Kaschmir, in Bosnien, in Tschetschenien oder eben weiterhin in Afghanistan, wo man eben dieses Bild hat, dass Nicht-Muslime in ein Land einfallen und Verbrechen an Muslimen begehen. Und das hat so diesen Dschihad-Gedanken, diesen postkolonialen Dschihad-Gedanken dann auch so abgelöst und hat etwas Neues geschaffen. Dieser Gedanke, dass junge Männer aus der ganzen Welt kommen müssen, dass es ein internationaler Dschihad wird, denn Muslime werden überall bedroht. Und aus diesem Dunstkreis, also von den frühen 80ern, Afghanistan über Bosnien und so weiter, Tschetschenien, hat sich dann so ein neuer Impuls für die globale Dschihad-Szene gebildet. Und das ist das, was wir bis heute sehen. Das gipfelte dann in Al-Qaida oder vielleicht sogar noch mehr im sogenannten Islamischen Staat. Und wir wissen alle, was für Verbrechen diese Leute begangen haben. Aber auch wieder hier als kleines Schlusswort. Das sind Minderheitenmeinungen in der muslimischen Community. Wir reden hier von fast zwei Milliarden Muslimen auf der Welt. Und wenn man manche Islamkritiker, die ja zum Teil auch deutlich rassistische Züge haben, wenn man denen so zuhört, dann könnte man meinen, dass der Dschihad zum, oder der bewaffnete Dschihad zum Kernpunkt eines jeden Muslims und seiner Überzeugung gehört. Ganz einfach, wenn das so wäre, wenn zwei Milliarden Menschen auf der Welt wirklich der Meinung wären, bewaffneter Kampf sei das Wichtigste, dann würde die Welt anders aussehen, als sie heute aussieht. Also, fallt nicht darauf rein. Ja, diese Gruppen, die man heute als dschihadistisch bezeichnet, das sind größtenteils blutrünstige Terroristen, Fanatiker und so weiter. Und wir sehen, wohin das geführt hat, wenn die Einfluss kriegen im Nahen Osten und sonst wo. Aber bitte, 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 wieder. Es klingt eigentlich so selbsterklärend, aber das ist es, glaube ich, leider nicht. Nicht gleichsetzen, was einige Terroristen, Fanatiker, was die aus dem Islam herausziehen, mit dem, was hunderte von Millionen von friedlichen Menschen auf der ganzen Welt aus dem Islam herausziehen. Weil das ist, das könnte nicht unterschiedlicher sein in großen Teilen. Und ja, die allermeisten von diesen Dschihadisten sind keine Islam-Experten, sind keine Islam-Gelehrten. Und wie ich schon gesagt habe, die ziehen sich auch nur aus den Schriften raus. Was ihnen gerade passt, historischer, theologischer Kontext, ganz ehrlich, das erwartet man doch nicht bei irgendwelchen IS-Terroristen. Und so wird uns der Dschihad-Gedanke und der Begriff und das Konzept des Dschihad auch noch in Zukunft begleiten, nehme ich mal an. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erklären zur Geschichte dieses Begriffs, dass ihr in Zukunft das ein bisschen besser einordnen könnt, wenn darüber gesprochen wird. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, empfehlt ihn weiter. Und ansonsten, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann und ciao.